Jetzt auch Buntic vorne mit dabei. Da kommt der Ball in seine Richtung. Da steht Kuczke. Buntic, Tor! 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 Fabian Buntic! Ecke steht derer. Schon mal Richtung Buntic, der verpasst zunächst. Und dann springt ihm der Ball als Querschläger von der Brust von Kuczke. Nochmal auf den linken Fuß. Und den versenkt er dann, als würde er das täglich machen.